Hochglanz-Magazine preisen den schlechten Geschmack. Die Demokratisierung der Mode und ihrer Allgegenwärtigkeit in den Social Media stempeln Eleganz als altmodisch ab. Warum nicht? Mode verdient mehr als nur den guten Ton. Sie erforscht die Zukunft durch einen Rückblick in die Vergangenheit. Trends kommen und gehen. Aber ist Frivol auch belanglos? Darüber diskutieren heute bei uns Boubou Ogissi, Designerin der Marke I am Issigo, die sich von afrikanischen Traditionen inspirieren lässt. Laurent Dussuter, Philosoph und Professor für Rechtstheorie an der Freien Universität Brüssel. Und Valérie Stihl, Autorin, Kuratorin und Direktorin des Fashion Institute of Technology in New York. Drei Visionen für eine bessere Welt. Das Zitat, das mir spontan einfällt, ist verblüffend banal. Es ist total klassisch und stammt von Georges-Louis Leclerc de Buffon, einem Naturforscher der Aufklärung. Der Stil ist der Mensch selbst. Dieser Satz trifft es auf den Punkt. Aber er ist eine Herausforderung, weil er etwas beschreibt, das tiefe Ängste in uns weckt. Die Idee, dass wir tatsächlich nur eine äußere, oberflächliche Erscheinung sein könnten und in unserem tiefsten Inneren keine Konsistenz haben. Das einzige Zitat, das ich durchaus immer passend finde, ist, der Körper ist die beste Leinwand. Der Körper ist unsere erste Ausdrucksform als Mensch. Das ist mein Zitat. Es stammt von mir. Und ich schenke es der Welt, damit sie es weiterentwickelt und sich davon inspirieren lässt. Ich hatte mal eine Visitenkarte mit einem kleinen Bild aus dem 19. Jahrhundert, auf dem zwei Harpüen an den Schnürsenkeln eines Korsetts zogen. Und darunter stand Also Mode bis zum Tod. Das fällt mir ein, wenn Sie mich nach einem Zitat zum Thema Mode fragen. Das ist ein echt cooles Foto. Ich sehe ein sehr futuristisches Outfit. Auch der Hintergrund ist cool. Ich mag die Farben und das Bild als Ganzes. Alles, was das Model trägt, sieht gut aus. Vor allem die Schuhe. Das Outfit wirkt auch extrem praktisch mit den vielen Taschen. Ich sehe da viele Taschen. Und was ich an Materialien oder Outfits auch gerne mag, ist, wenn man die Teile umdrehen und auf links tragen kann. Eleganz bedeutet für mich die Kombination unterschiedlicher Materialien. Das verleiht einem Look etwas Majestätisches, Edles. Schmuck oder Veredelung sind in Afrika entscheidende Elemente für Eleganz. Accessoires oder das sich Schmücken werden als Rituale empfunden. Die Veredelung des Körpers mit Elementen wird definitiv als eine Form von Eleganz betrachtet. Diese Kleidung ist Teil einer Kultur. Eine Kultur, die keine Angst vor Staub hat, keine Angst vor der Strasse, keine Angst vor Schmutz. Zumindest im Anschein nach. Dieses Foto zeigt auch ganz deutlich, Banalität ist heute Luxus pur. Ich habe noch nie in meinem Leben Turnschuhe getragen. Das erscheint mir absolut unmöglich. Und ich konnte auch noch nie einen Trainingsanzug tragen. Das erscheint mir völlig unmöglich. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich diese Kleidung persönlich ablehne. Vielleicht gerade, weil ich aus einer Welt komme, aus dem Großbürgerturm, die an andere Codes gewöhnt ist als die Codes der Straße. Wir haben vielleicht andere Unterhaltungsmöglichkeiten, um uns Angst zu machen. Ein Kleidungsstück hat keine Daseinsberechtigung als solches. Es steht in einem Kontext. Ein Kleidungsstück von einem bestimmten Designer hat vermutlich eine andere Aussage, als wenn es von einem anderen Designer entworfen wurde. Man erkennt, dass es informell wirken soll. Es wird von einem Mann mit Bart, Tattoos und einer Sonnenbrille getragen. Es ist ein unkonventionelles Erscheinungsbild. Interessant sind die Schuhe in diesem leuchtenden Grüngelb. Der Rest scheint eine gewöhnliche Jacke, ein Oberteil und eine Hose zu sein. Das Outfit wirkt relativ anonym. Kleidung kann als universelles Phänomen betrachtet werden, als Teil der Kultur im anthropologischen Sinne, als etwas, das wir tun. In allen Kulturen kleiden sich die Menschen auf die eine oder andere Weise. Kleidung oder Mode kann aber auch als Kunstform betrachtet werden, als eine Art hohe universelle Kultur. Es könnte also beides sein. Mode kommuniziert, ist aber auch ein ästhetisches Objekt. Pop-Philosophie ist ein interessantes Konzept. Es wurde in den 1970er Jahren von dem französischen Philosophen Gilles Deleuze geprägt. Er nutzte diesen Begriff als eine Art Mittel zur Verlagerung der Philosophie. Deleuze war von der Intensität des Fernsehens fasziniert, von Pop-Konzerten. Und er sagte, diese Intensität müsse in gewisser Weise vergänglich sein. Und ja, durchaus. Die Betrachtung der Mode unter diesem philosophischen Pop-Aspekt bringt uns vielleicht dazu, die Frage nach unserer Existenz, wer wir sind, auf eine andere Weise zu stellen. Sie macht aber auch eine Versöhnung möglich mit den Kräften, die der Kleidung eigen sind. Mit den Kräften der Modebewegungen, mit der Idee der Mode und der Kernfrage, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, in der nicht mehr unbedingt Wahrheit, Schönheit, Sein und Wesen als Werte zählen, sondern Transformation, Experimente, Erforschung. Ende der 1980er stellen sechs Designer die Gruppe Entwerp Six Belgien ins Zentrum der internationalen Modewelt. 2022 sind mehrere Pariser Stars der Fashion Week Absolventen der Modeschule La Combre, die 1927 in Brüssel gegründet wurde. Eleganz wird je nach Zeit und Ort unterschiedlich definiert. Das Korsett stand beispielsweise ab dem 16. Jahrhundert, als es erstmals auftauchte, mit der Aristokratie in Verbindung und mit der Idee, den Körper aufzurichten. Aristokratische Körper sollten gerade sein, elegant und fein Man war der Meinung, ein Korsett stärke den Körper. Ein schwaches Kind würde mit einem geraden Körper besser aufwachsen. Und da man davon ausging, dass der weibliche Körper von Natur aus schwächer sei als der männliche, mussten erwachsene Frauen ebenfalls Korsetts tragen. Jungs hingegen wurden im Alter von etwa sieben Jahren vom Korsett befreit. Ich habe mein Label 2009 gegründet. Es hat sich vor allem in meiner Zeit in Paris entwickelt, wo ich auf einer Modeschule war. Dann bin ich zurück nach Nigeria. Mein Ziel war ein lebenslanges Experiment, eine lebenslange Forschungsreise. In verschiedenen Ländern wollte ich Materialien und Menschen kennenlernen und verstehen. Menschen, die unterschiedlich leben, verstehen. Wie unterschiedliche Persönlichkeiten die Art und Weise beeinflussen, wie sie sich kleiden. Welche Farben sie wählen, was für Materialien sie verwenden und wie ihre Kleidung hergestellt wird. Da ich den Vorteil oder das Privileg hatte, in mehreren Städten zu leben, konnte ich auch freier denken und verstehen, wie Orte uns visuell und auf lebendige Art beeinflussen. Wie verschiedene Elemente auch unsere Denkweise, unseren Geist beeinflussen. Wie wir unseren Geschmack bilden, übersteigt uns im Grunde. Unsere Urteile über guten und schlechten Geschmack haben eine Geschichte. Im Italien des 15. und 16. Jahrhunderts entstehen erste Bezeichnungen zum Thema Geschmack. Etymologisch fragwürdige Ableitungen des italienischen Wortes giudizio, das Urteil bedeutet. Als ob die Frage nach dem Geschmack eine Frage wäre, die nur im Rahmen eines Urteils funktionieren kann oder als Abwandlung eines Urteils. Damals wurde es als notwendig betrachtet, Worte dafür zu schaffen. Aus dem einfachen Grund, da die damaligen Urteile oder Bewertungen objektiven Wahrheiten entsprachen. Ein Gemälde muss so aufgebaut sein, das Modell muss so stehen, die Proportionen müssen so sein. Es gab Kriterien und Regeln, die Erfolge oder Misserfolge messbar machten. Doch mit der Zeit entwickelten sich individuelle, subjektive Urteile und Bewertungen, die auch eine neue Sprache erforderten und sozusagen neue Gesetze schafften. Moderedakteure und Moderedakteurinnen sprechen schon seit langem über Geschmack. In den 1960ern sagte die Herausgeberin der amerikanischen Vogue Diana Rieland, schlechter Geschmack ist besser als gar kein Geschmack. In den 60er Jahren kam es zu dieser Verschiebung. Es gab eine spannende Kollision zwischen einem populären und einem elitären Geschmack, dem Geschmack der ehemaligen herrschenden Klasse und dem Geschmack der Massen. Das spiegelte sich auch in der Kunst wieder. Pop-Art war populär. Künstler wie Andy Warhol spielten und verwandelten Bilder aus Comics und von Hollywood-Filmstars. Designer wie Jean-Paul Gaultier in den 1980ern stellten ebenfalls bewusst den sogenannten schlechten Geschmack voran, sprich den populären Geschmack der unteren Mittelschicht, um gegen Regeln zu verstoßen, wonach die Haute Couture traditionell dem Geschmack der Elite entsprach. Guter Geschmack ist mein Geschmack. Das denkt sicher jeder über sich selbst. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Er variiert im Laufe der Zeit und er variiert je nach Persönlichkeit. Wir werden von Geburt an geprägt. Unser Leben, unser Umfeld formatiert unseren eigenen Geschmack. Was ich als gut oder schön empfinde, kann auf andere absurd wirken. Und ich denke, das ist heute ein Problem. Wenn wir intelligent genug wären, uns darauf zu einigen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, würde es der Welt sicher besser gehen. Aber ansonsten ja, ich habe einen guten Geschmack. Der Typ, der, wenn man aus dem Kino kommt, sofort die Frage stellt, bei der man ihm am liebsten eine Ohrfeige geben würde. Und, hat es dir gefallen? Das ist doch nicht die Frage. Absolut nicht. Die Frage ist, was ich gerade gesehen habe und was ich mit dem, was ich gerade gesehen habe, anfangen kann. Und bei der Mode ist es genauso. Die eigentliche Frage ist nicht, ob es mir gefällt oder nicht, sondern was sagt mir das zum Beispiel darüber, was man mit dem Körper machen kann? Was sagt das darüber aus, wie sich ein Körper in einem Raum bewegen kann oder auch nicht? Das sind alles Fragen, die mit einer Möglichkeit beziehungsweise einer Fähigkeit verbunden sind. Aber wenn man über Geschmack spricht, werden diese Fragen überhaupt nicht erörtert. Sie werden nicht berücksichtigt, nicht einmal angedacht, da sobald ein Urteil fällt, die Denktätigkeit zum Stillstand kommt. Obwohl man darauf wetten könnte, und ich möchte darauf wetten, dass das eigentlich der Moment sein sollte, an dem alles beginnen sollte. In der Modewelt gibt es sicher noch Menschen, die den guten Geschmack verfechten. Sie formulieren es meist etwas anders, indem sie von einem klassischen oder zeitlosen Stil sprechen. Ein Stil, der an die Vergangenheit erinnert, an Zeiten, die bewundert werden, sei es das klassische Griechenland oder das 18. Jahrhundert, ein Geschmack, der mit einer Elite in Verbindung gebracht wird. Interessant ist, dass der Trend zu einem vulgären, auffälligen Geschmack mit dem Begriff Neureich in Verbindung gebracht wird. Nicht mit altem, sondern mit neuem Geld. Jedes Kleidungsstück, das ich entwerfe, erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder dem, was noch kommen wird. Es geht darum, den Menschen verschiedene Geschichten aus der Vergangenheit bewusst zu machen. Ich muss eine Idee finden, um diese Geschichte auf einem Stoff zu erzählen. Man kann ein Buch schreiben, Geschichten, die die Leute lesen. Aber es ist eine andere Sache, wenn man die Geschichte anhand von Stoffen oder Kleidung erzählt. Die Materie spielt in dieser Hinsicht eine Rolle. Wir können alte Schriften, überliefertes Wissen und Geschichten wieder aufleben lassen, die uns Menschen geprägt haben. Die Verwendung von Stoffen und Techniken ist für mich ein Weg, die Geschichten wieder zu erzählen, um die Menschen an unsere Geschichte zu erinnern und daran, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Im Zweiten Weltkrieg legen Frauen in Frankreich großen Wert darauf, elegant zu bleiben. Mode wird zu einem Akt des Widerstands. Die nationalsozialistischen Besatzer verhängen Beschränkungen für den Kauf von Stoffen, die Säume werden kürzer, aus Möbelstoffen und Vorhängen werden Kostüme, Mäntel und Turbane. Seide wird für Fallschirme beschlagnahmt. Als Alternative färben sich die Frauen ihre Beine mit T und zeichnen einen Strich auf die Wade. Plateausohlen aus Holz ersetzen das mangelnde Leder. 1971 präsentiert Yves Saint Laurent seine Couture-Kollektion Liberation. Die damalige Presse reagiert mit heftiger Kritik, doch im Laufe der Zeit wird diese Kollektion zur Ikone. Mode existiert heute nicht mehr. Es gibt unendlich viele Moden, die sich verzweigen, strukturieren, entwickeln wie unzählige Schichten, die unmöglich zu kartografieren sind. Kleidung ist Teil einer Bewegung, bei der man aus der Identität ausbricht, die man von außen aufgedrückt bekommt. Zum Beispiel Jugendliche, die aufbegehren und den Stil von Mama und Papa ablehnen. Aber auch weitaus radikalere Formen, die in die Tiefe gehen und etwas erforschen wollen. Wir befinden uns heute in einer seltsamen Situation, in einer sehr vielfältigen, kosmopolitischen und globalen Welt. Eigentlich sollten wir eine Unmenge an großartigen, kreativen Ideen von Menschen aus der ganzen Welt bekommen. Doch aufgrund der Technologie beobachten wir eher einen Homogenisierungseffekt, der die Mode weniger kreativ macht, als sie sein könnte oder sein sollte. Auch die Modeindustrie, ob Luxusbranche oder Fast-Fashion-Firmen, homogenisieren die Mode, anstatt die Vielfalt der kreativen Ansätze zu betonen. Das ist ein echtes Rätsel, mit dem meiner Meinung nach die besten Designer und Kreativen in der Modewelt konfrontiert sind. Wie können wir einen individuellen und persönlichen Stil in die Mode zurückbringen? Das ist für jeden von uns wichtig, aber wir tun uns inzwischen schwer, einen eigenen Stil zu finden. Ich bin besessen von Plastik, davon, wie Plastik zu einem Riesenproblem für die Menschheit geworden ist. Wir haben dieses Problem geschaffen. Daher benutze ich meinen Körper, um zu versuchen, dieses gigantische Umweltproblem zu lösen. Das ist eine echt verrückte Gegenüberstellung. Aber das ist meine Lösung für die Zukunft. Den Körper als Ort zu nutzen, um Plastik oder alles, was wir heute als Plastik betrachten, zu bewahren. Wir nutzen unsere Körper, unsere Hände und unsere Räume, anstatt im Müll zu versinken, in einem endlosen Nichts. Ich verwende recyceltes Plastik als Material in meinen Kreationen, in meinen Stoffen, in kreativen Räumen, in unserer Kommunikation und in Filmen. Die Fashion Week in Lagos ist das bedeutendste Mode-Event auf dem afrikanischen Kontinent. Afrika macht 1% des weltweiten Modemarkts aus. Der Markt südlich der Sahara ist 31 Milliarden US-Dollar schwer. Er verteilt sich auf Südafrika mit 14,4 Milliarden und Nigeria mit 4,7 Milliarden US-Dollar. Die Bewegung, die man heute bei afrikanischen Designern beobachten kann, sollte man vor dem Hintergrund anderer Bewegungen in der Vergangenheit beleuchten. Ich denke da an japanische Designer in den 1980ern. In den kommenden Jahrzehnten werden auch aus China zahlreiche Einflüsse kommen. Um neue Kraft zu schöpfen, braucht man ein Außen, ein gezähmtes und zähmbares Außen. Die Frage ist die Frage nach dem Außen. Dem Außen von einem Ort aus, in dem die westliche Mode-Welt über Macht verfügt, die weiterhin entscheidend und zukunftsweisend ist. Mode ist ein Vampirismus. Die Frage, woher die Leute stammen, ist im Grunde eher nebensächlich, im Vergleich dazu, was die Modeindustrie, die Modedesigner, aus dem gestalten können, was sie finden, oder was man ihnen als Inspiration von außen bieten kann. Die positive Seite der Globalisierung besteht, denke ich, darin, dass unser Geschmack von anderen Kulturen und Traditionen beeinflusst wird. Wir gewinnen hinzu, wir lernen einen anderen Stil und andere Standards zu schätzen. Und das kann zu einem bewussteren, anspruchsvolleren, kosmopolitischeren Geschmack beitragen. Die lange Beziehung zwischen der japanischen und der französischen Kultur hat zum Beispiel zu sehr raffinierten, vornehmen und eleganten Stilrichtungen geführt. Ich bin also optimistisch. Eine neue Art von kosmopolitischem Geschmack ist möglich, der unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Kulturen vereint und sich auch zunutze macht. Die Idee der Ästhetik muss sich weiterentwickeln. Und das ist durch eine Mischung aus multikulturellen Ideologien möglich. Auch wie sich diese Mischung auf unterschiedliche Menschen auswirkt. Wie sie diese Ideen aufgreifen und weiterentwickeln und damit etwas Magisches schaffen. Wenn man diese Konzepte international verwirklichen möchte, muss man meiner Meinung nach ein neues Verständnis dafür entwickeln, wie Dinge hergestellt werden. Wie sie in einem rituellen Verfahren hergestellt werden. Einem langsamen, aber nachhaltigen Verfahren. Etwas mit den eigenen Händen kreieren, im Gegensatz zu einem industriellen Maßstab. Im Gegensatz zu einem übermäßigen Konsum. Im Gegensatz zu Kapitalismus. Traditionell wird die Kunst der Kleidung als eine heilige Form der Kreativität angesehen, aber auch als eine kreative Form des Ausdrucks. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um zu verstehen, dass die Herstellung eines Kleidungsstücks viel Zeit in Anspruch genommen hat, dann muss ich es angemessen aufbewahren und tragen. Der Markt für gebrauchte Kleidung wird bis 2026 weltweit um 127 Prozent wachsen. In den USA wird er wohl von 35 Milliarden Dollar 2021 auf 82 Milliarden 2026 ansteigen, wovon 50 Prozent online verkauft werden. Die Beziehung der jungen Generation zur Mode und das Paradox, das manche zwischen Fast Fashion und Umweltengagement sehen, ist meiner Meinung nach nur ein Paradox in den Augen derjenigen, die es anprangern. Ich lache mich kaputt über diese Art von Pingeligkeit. Führen Sie auf, das ist nicht wahr, so funktioniert das nicht. Kinder haben kein Geld, Punkt. Und deshalb schlagen sie sich so gut es geht durch. Mit Second Hand, mit Fast Fashion. Das ist völlig egal. Und außerdem sieht man sehr gut, woher diese Kritik kommt. Unter dem Vorwand, die Inkohärenz der Jugendlichen zu kritisieren, will man eigentlich ihr Engagement kritisieren, indem man das anprangert, was als Widerspruch erscheint. Wie kann ihr Engagement in diesem Widerspruch perfekt sein? Ihr Engagement ist unglaubwürdig, also kann man es nicht berücksichtigen. Und das ist ein ziemlich hinterhältiger Ansatz, den ich nicht unterstützen möchte. Immer mehr Menschen verstehen, dass diese Überproduktion und verschwenderische Überproduktion von Fast Fashion so nicht weitergehen kann. Die Auswege aus dieser Situation sind jedoch kompliziert. Werden wir nur gut geschneiderte, qualitativ hochwertige Kleidungsstücke kaufen und sie länger behalten? Können wir unsere Kleidung selbst herstellen? Werden wir Kleider bei Designern um die Ecke kaufen, bei ModeschöpferInnen in unserer Stadt? Es ist schwierig, ein System, das auf Massenproduktion basiert, in ein umweltschonendes System umzuwandeln, das dazu beitragen könnte, unseren Planeten zu schützen, anstatt ihn zu zerstören. Für mich hat die neue Ära des afrikanischen Designs etwas mit dem Verständnis der kreativen Schöpfung zu tun, die auf dem afrikanischen Kontinent entstanden und angesiedelt ist. Kreationen, die durch Ideen aus unserer Architektur bereichert wurden. Durch Elemente wie Häuser aus Bast oder Lehmerde, Kleidung aus Bast oder gewebten Stoffen. Das betrifft nicht nur den afrikanischen Kontinent, sondern die ganze Welt. Jede Kultur hat ihre Hochphasen. Der Orient hatte Hochzeiten. Der Westen hatte seine Hochzeiten. Und für mich erlebt aktuell Afrika eine Hochzeit. Farben sind auch sehr wichtig, wenn es darum geht, den eigenen Geist zu verstehen, andere Menschen zu verstehen. Farben können je nachdem, wie und wo man sie trägt, Anmut, Glück oder Emotionen auslösen. An anderen Orten lösen dieselben Farben vielleicht etwas ganz anderes aus. 2042, Energiesparen im Winter, Hitzewellen im Sommer. Kopfbedeckungen sind der neue Fashion-Trend. Bleibt nur noch die Qual der Wahl. Wir verabschieden uns mit der Frage, sollen wir jetzt mehr Klamotten kaufen oder verkaufen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017